einen wunderschönen guten tag zusammen heute haben wir endlich mal wieder was ultra ultra spannendes ich glaube ihr lest schon cloud core series cloud core series was hier drin steckt ist ein sogenannter ccr 2004 ich zeige es euch so sieht die kiste aus der ganz normale pci express karte auch so flach wie eine pci express karte sein soll ich glaube achtfach also pci express 3 8 fache größe und so weiter ganz wichtig schon mal aktiv gekühlt 2 sfp 28 cages für jahr 25 g oder halt eben auch 10 g und einen ganz normalen management port mit einmal rj 45 ansonsten ganz normale karte zeige ich euch natürlich auch noch ein bisschen genauer aber worüber reden wir hier überhaupt diese karte die ich in hand halte ist ein vollwertiger und vollständiger router halt eben nur im formfaktor einer pci express karte gerade schon erwähnt sfp 28 cage ist also ganz normale 10 g sfps könnt ihr da rein knallen wie von mikrotik gewohnt einfach irgendwelche keine ahnung die erkennen sowieso fast alles zumindest das was ich bisher kennengelernt habe und davon natürlich auch noch zwei stück das heißt wir können richtig dampf machen wenn es nach mikrotik geht ich glaube testen können wir sowieso eher schwierig hier in meinen laborumgebungen sagen die hier mit jumbo frames sind sogar 100 g möglich und jetzt kommen wir zum richtig spannenden ich zeige euch ganz kurz ist ein bisschen theorie wir gehen aber gleich den keller bauen die kiste ein und gucken sie uns natürlich auch an aber erst einmal wie immer ein bisschen theorie ist hier angegeben in fett sys ccr device work s nick wir können also diese karte auch ganz normal als nick als hba nutzen nur mit einem ganz normalen pass remote was implementer das heißt die karte können wir auch einfach einbauen für 200 tacken ich weiß momentan wir kriegen auf dem markt gar nichts trotzdem für 200 tacken können wir diese karte auch einfach missbrauchen und als 25g interface 2 25g interface missbrauchen und dafür sind 200 dollar sage ich jetzt einfach mal die welt ist momentan ja nicht normal ist das glaube ich schon mal einen preis aber das ganze ist natürlich nicht nur nick sondern wir haben ein vollständiges wie hier steht router us da drauf und wir können mit unseren 4 gb ram und 28 mg namt storage können wir volle pulle fahren das heißt wir haben richtig vollwertigen router da aber interessant jetzt erst wenn wir einfach mal dieses bildchen hier aufmachen das erklärt alles das was ich euch gerade eben schon sagt schon so sagte wo ist es denn jetzt sind da wir haben die sfp 28 cages sind angeblich und das ist auch nur ein beispiel im video das fehlt leider gottes in diesem bild im video von mikrotik steht da sogar es ist nur eine beispiel konfiguration sind die sfp 28 cages im pass remote das heißt die agieren als ganz normale nick im server das heißt wir machen ein ipa oder sonst was um uns die interface anzeigen zu lassen oder ein lspc was auch immer dann bekommen wir diese interface angezeigt damit wir die frei konfigurieren können interessant wird es natürlich wenn wir diese beiden interface hier einfach mal als ja wie soll ich sagen router interface definieren können mit wie lands und so weiter über das ganz normale router us aber das ist das was wir jetzt erst mal gemeinsam herausfinden werden dafür gehe ich jetzt runter in keller wird die kiste einbauen und dann sehen wir uns wieder 2000 jahre später mir ist ein lichtlein aufgegangen ich habe jetzt ungefähr eine stunde ein bisschen rum gepult weil ich musste die ganze kiste auch noch resetten ich erkläre euch jetzt fein säuberlich was wir mit der karte machen können wie sie arbeitet und so weiter und ich sage jetzt schon mal richtig gut also als allererstes ich habe natürlich die karte hier worüber wir berichtet haben leider ausbauen müssen jetzt haben wir nicht mehr 40 g jetzt haben wir nur noch zwei mal 10 g und auch naja egal hat gut funktioniert du warst mal ein treuer begleiter gehen wir jetzt dahin rüber was ich euch zeigen wollte weil sie als allererstes machen sollte ich blende euch auch natürlich ein bildchen ein ich habe die karte natürlich vorkonfiguriert von irgendjemanden bekommen aber mal suchen war ein passwort drauf ja ein reset button gibt es leider nicht deswegen hier das passende foto ich mache es mal näher drauf ja schraubendreher in dieses löchlein halten damit die beiden kontakte überbrückt werden und dann den server einschalten hat auch funktioniert da leuchtet wirklich eine riesengroße orangefarben der led und dann wird die kiste hier wirklich komplett zurückgesetzt so kommen wir jetzt zum spannendsten spannendsten teil selbstverständlich bin ich mittlerweile auf der kiste drauf ganz gewohnt mit router us so wie wir es kennen und auch genau so wie es auf der webseite steht und jetzt kommen wir einmal zum wichtigsten 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 part um dieses bild hier einmal zu verstehen und damit er einmal richtig erklärt haben weil ich habe es jetzt kapiert ich zeige es euch jetzt gleich also man hat erstens diese pc 1 2 3 und 4 interface einmal live angesehen hier einfach mal ein ip da habt das in p 16 0 f 0 f 1 f 2 f 3 ja die sind jetzt hier alle im status ab weil ich hier mal hoch und runter genommen habe um zu sehen was passiert und ihr habt noch da eine ip-adresse die brauchen wir jetzt gleich einfach mal für unsere paar tests also ja wir sehen jetzt hier die vier pass-through interface und diese vier pass-through interface sind jetzt erstmal standard gemäß darüber gebrückt das heißt mit dem pass-through mode kann man die ganz normal durchleiten muss man aber nicht aber es kommt noch ein weiteres aber hinzu so wie ich das gesehen habe funktioniert das beides auch in ja wie soll ich sagen gebrückt modus so dass man beides nutzen kann also den port auf der maschine wo die karte drin steckt aber auch gleichzeitig im router os als port wenn man es natürlich erstmal entsprechend konfiguriert so und dazu kommen wir jetzt mal eben ach so bei den anderen ports noch ganz wichtig es gibt noch einen ethernet port pc 3 der geht halt eben auf die bridge 1 und ethernet pc 4 die geht auch auf die bridge 1 das ist nur im bildchen wir sind einfach nur lasst euch nicht verwundern die sind einfach nur verankert sozusagen auf dem eth 1 aber das ganze kann man selbstverständlich einstellen ich habe man die wichtigsten fenster hier auf und da oben seht das jetzt auch im router us wir haben jetzt hier eta pci express 1 2 3 und 4 jetzt mache ich noch mal mein fensterchen auf schiebt das mal so ein bisschen beiseite und sagt jetzt hier erstmal wir fangen klein an sag hier einfach mal f down habe ich noch einmal gemacht da haben wir doch die f down einfach mal den 1er port gibt ihm so achtet ihr oben links zack jetzt ist das kleine r r steht glaube ich für running ausgeschaltet die sollen zwei auch noch aus drei auch noch aus und jetzt sind die erst weg also daran kann man schon mal sehen die kommunikation und ich habe nichts installiert schon mal ganz wichtig ich habe nichts installiert funktioniert jetzt schon mal 1 also wirklich wunderbar ihr seht ich habe auf dem einsatz hier auch eine ip-adresse drauf gelegt die ganz normale 16 und jetzt gucken wir uns diesen port einfach mal an wenn man nämlich sich das interface anschaut gibt es hier unten jetzt einen menüpunkt namens pass through interface und da seht ihr jetzt ja folgendes ihr müsst mal genau darauf achten jetzt habe ich gerade noch ausgewählt auf dem pc express 1 das pass through interface ich kann sogar frei wählen ich vermute mal ich kann es trotzdem einfach hin und her drehen wie ich will also das ist hier glaube ich nur eine beispiel konfiguration so wie ich das hier sehe sagen wir es mal so kann ich das ganze nämlich hin drehen wo ich halt nämlich hin haben will im endeffekt also in dem fall ist es jetzt einfach das pc interface 1 habe ich einfach auch den sfp slot 2 gedreht und ihr seht das funktioniert bestes beispiel ich brauche hier einfach nur mal ping machen ich komme ganz normal an die 16 dran indem ich halt eben hier darüber kommen beweisen können wir es bestimmt indem ich einfach mal ausschalte ja und der ping läuft einfach gnadenlos gerade nicht mehr weiter ziel host nicht mehr erreichbar schalten wir wieder ein bam ist ja auch nicht die 0 if ab ich habe mich vertan auf die 0 interface interface wieder da wird jetzt gleich wahrscheinlich da oben will auf er wandern unten der ping läuft weiter so das haben wir schon mal das also wir können ganz normal pass through durch die kiste durch arbeiten das heißt wir kommen ran jetzt seht ihr hier ich habe aber auch mal einfach auf das interface sfp 28 2 direkt aufs interface ohne irgendwas gebrügt ist oder sonst was habe ich einfach mal auch eine ip-adresse drauf gelegt und das erscheint uns hier als rot ich vermute jetzt mal das wird am pass room mode liegen jetzt mache ich mal noch selber einen kleinen test der mir gerade einfällt ich will das einfach mal aufs pc interface legen was passiert denn dann klick es bleibt immer noch rot ok damit geht es also nicht also wenn wir wirklich den pass room mode drin haben können wir auf dem router us sozusagen das interface soweit erstmal nicht mehr bedienen aber was passiert denn jetzt wenn ich im endeffekt das jetzt da mal runter nehme und sagt alles klar du ziehst mir jetzt mal bitte dieses pass through von diesem interface runter ihr habt schon gesehen da zack die ip-adresse ist nicht mehr rot sondern auf einmal schwarz und jetzt gucken wir wieder in unseren pinks ich komme trotzdem pass through technisch gerade irgendwie an die kiste ran was irgendwie verwunderlich ist was mir auch wundert das ist die einzige sache die mich wundert aber wir kommen jetzt zusätzlich an die 17 ran die wir jetzt natürlich hier gerade freigeschaltet haben jetzt gerade ging weil einfach der pass room mode nicht mehr da ist die einzige geschichte macht mich so ein bisschen stutzig macht ist dass ich die 16 momentan noch erreiche ich will nicht überlegt gerade ob ich vielleicht über einen anderen weg gerade ihn wieder an die 16 kommen aber eigentlich nicht eigentlich komme ich nicht über einen anderen wegen doch es kann sein doch es kann sein dass ich einen anderen weg daran kommt doch ich will es nicht ausschließen ich prüfe das mal eben kurz nach prüfung bestanden es kam natürlich kam natürlich über einen anderen weg rein ihr seht ich habe einfach das hauptinterface vom server kurz daumen genommen was auch über wlan 0 hänge gerade einfach nur mein management-netzwerk rum und ihr seht ihr im hintergrund ich erreicht die 16 einfach nicht mehr also resultat ist joe ich kann wirklich frei konfigurierbar die interface mit pass room belegen und sagen okay wer geht denn wo auf welches pci interface was einfach schon ziemlich geil ist für 200 dollar nicht schlecht nicht schlecht aber interessanter und für meinen fall viel interessanter wird das ganze indem ich die karte einfach als beides missbrauchen werde jetzt das heißt zukünftig werde ich jetzt mal mal gucken vielleicht mal ein video darüber ist meine grundidee ich werde einen der ports einen der ports als router einsetzen das heißt mit router erst kann ich das ganze ja in mein netzwerk komplett einbinden und hier auch über vrp in mein netzwerk mit reinhängen und meine gateways mit darüber ruten wenn das server anders könnte der router hier einfach die macht übernehmen mittels vrp und dann einfach meine gateways meine haupt gateways von meinen ganzen netzen im ende effekt übernehmen und das routing übernehmen und der zweite port den kann ich ganz normal nehmen um hier mein box box im hintergrund zu befeuern auch einfach mit 10 g das sind zumindest die zwei ports der andere 1g ist einfach ein management port in nämlich einfach dann auf meinem wieler 0 und dann kann ich damit ganz normal arbeiten coole coole geschichte so kann man die karte dann auf jeden fall nutzen und ihr seht ich habe nichts installiert wirklich ich habe nichts installiert es ist plain so wie es hier ist ich habe karte rein gesteckt ich kann es jetzt leider nicht mehr aufrufen weil ich die verbindungen verloren habe und hier seht ihr bei mir am bass 0 stehen einfach die 4 gigabit ethernet qualcomm atheros a r seht ihr das ja a r 81 51 52 0 gigabit ethernet na gut jetzt kommen die großen sachen man muss jetzt mal den pass-through so ein bisschen messen problem ist ich habe noch keine großartige gegenstelle ich müsste es einfach mal machen indem ich meine kommunikation aufbau mit dem server zwischen router us und dann mal eben ein perv oder so was irgendwie durch die gegend baller und dann werden wir das ganze sehen und jetzt gebe ich euch mal ganz kurz was mit zum überlegen denn einer meiner community mitglieder sage ich mal hat nämlich eine richtig coole coole idee was vielleicht homogenen sehr geil zusammenpassen könnte jetzt stellt euch mal diese pc karte in so einer synology 16 21 vor die einen pc express steht nicht sogar irgendwo einfach zur verfügung hat jetzt ist nur die große frage hoffentlich passt die karte da rein dann könnte man sich da wirklich wirklich eine synology hinstellen mit 10g anschluss und fettem router drin also mit dieser mikrotik pci karte das wäre natürlich schon wie gesagt das ist jetzt nur ein gehirnspenst aber wenn man sich das mal vorstellt man hat dann da den storage laufen mit dem man ein bisschen was machen kann man kann dem storage eine einfache pci karte durchreichen die ja einfach ohne irgendetwas durchgereicht werden kann steuern kann ich das ganze über das router us und kann wirklich sagen alles klar reicht man das ganze durch und ich habe natürlich in den fetten router der mir zumindest laut webseite steht da ja irgendwas hinsichtlich ich habe schon wieder vergessen waren wir eben nicht eben auf der webseite da pro test results irgendwas mit angeblich ungefähr 10 g könnte sagen wir es mal so rum jetzt steht ihr zumindest routing 1518 bei mtu sei steht da zumindest 10 g routing und dafür ist die karte mit ihren 200 dollar richtig richtig geil jetzt seid ihr noch mal dran sagt mir was ich mit dem ding noch mit dem ding noch testen soll was ihr sehen wollt ihr habt jetzt gesehen das ganze und sowas funktioniert wirklich richtig gut ich werde mich jetzt trotzdem noch mal ein bisschen damit beschäftigen ihr habt gesehen dass es ein ganz normales router ist das heißt das ding kann vpn verbindungen aufbauen und was nicht alles mpls und kralalalalala ich bin erstmal richtig begeistert großes problem aktuell wenn ich jetzt gerade mal auf die uhr gucke wir haben mitte juni 2022 wir haben hardware mangel überall ich glaube die karte steht überall auf vielleicht verfügbar 30 juni alle sagen frühestens august september oktober kommt vielleicht wieder irgendetwas deswegen heute kein link für euch tut mir wirklich leid ich habe auch nur durch einen sehr sehr nettes community mitglied diese karte hier bekommen und dafür noch mal vielen lieben dank dass wir uns das ganze hier reinziehen dürfen ja was soll ich sagen macht's gut bis zum nächsten video haut rein ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020